Aus der schönen Hanselstadt Hamburg herzubekommen an der roten Ecke, Alisina Berlina Kukla! Dieser Kampf der GBA über viermal zwei Millionen Jahre leicht gelegt. Referee dieser Begegnung, Tengis Shadeh Romka Hall aus Aserbaidschan. Herzlich willkommen! Ringpfeil zur ersten Runde, Round 1! Weiter, weiter, weiter! Körber, Körber! Weiter, weiter, komm! Mach die Ecke zu mir, komm! Und die Ecke dazu, komm! Weiter, weiter! Körber, Körber! Körber! Klopfen! Atmen! 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 Und die Ecke zu, komm! Weiter, klopfen! Aufhören! Aufhören! Und weiter, komm nach vorne! Und weiter, komm nach die Ecke zu und wieder herlaufen. Komm, Ecke zu und immer gerne zu. Komm! Und weiter, komm! Komm! Weiße Ecke, weiße Ecke! Und rein, chill, 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 chill. ф Ja, weiter, komm! Etwas, bereit! Und weiter, kommt! Und auch zu entrada gehen! Ecke zu, Ecke zu! Wir haben in der Roten Ecke 26 Jahre Einkampf gewonnen von Trost Jim. Sie ist Miss Schwestig-Holstein, 17 Jahre EGB-Trainer Detlef Kum an dieser Stelle. Ein herzliches Willkommen an in der Roten Ecke Alisina Berliner Kummer! Wir bedanken uns bei beiden Kämpferinnen und hier das Urteil. Sieger durch TKO in der ersten Runde nach 1 Minute 40, Alisina Berliner Kummer aus Hamburg! Und wir kommen zum Kampf Nummer 3 des heutigen Abends. Wir rufen in die blaue Ecke Ion Barzan aus Rumänien! Nein, das ist auch normal. Kein Kampf ist gleich! Wir haben doch schon gerade gewonnen! Ja!